ja meine lieben heute gibt ja das video was ich angekündigt habe ich werde wieder ein gullei max verlosen an dem der die erste richtige zu 100 prozent richtige antwort gegeben hat verdammt schwer weil es kann alles sein es kann wirklich alles sein was ich mir bestellt habe da drüben steht ein großes paket und wer das richtig erwähnt was ich mir bestellt habe der gewinnt das grillei ja und wenn es keiner richtig erwähnt ja dann gehen wir in richtung wer ist am nächsten dran an dem inhalt und wenn mehrere richtige antworten sind naja gut dann entscheidet das los diese verlosung wird bis sagen wir mal kommenden sonntag welcher ist das überhaupt bis sonntag den vierten siebten laufen ja also ein paar tage habt zur zeit es darf jeder zwei antworten geben in einem kommentar unter dieses video also jeder kann zweimal tippen was in der kiste drin sein könnte und naja wir werden sehen ja sonntag am 4 mache ich dann die auslosung das wird gegen abend sein und ja schauen wir mal dann sehen wir schon ja dieses grillei aber jetzt dürfte erst einmal das paket sehen damit er ja zum raten anfangen könnt zwei hinweise sind im video versteckt das verrate ich auch noch so freunde da haben wir das paket gerade mal hier so zum größenvergleich also das ist schon ein rechter oschi tja kartons nehmen die leute immer und ja wisst ihr was wisst ihr was ich leg noch einen 25 euro gutschein obendrauf sollte die 100 prozentig richtige antwort gegeben werden dann gibt es einen 25 prozent gutschein dazu tja was ist in diesem karton 100 prozent richtige antwort ein grill imax und 25 gut euro gutschein für einen webshop tja ich denke ich werde vielleicht als trost pflaster noch ein oder zwei tassen raushauen das könnte ich auch noch machen ja also ist dieses video ja voll gespickt mit gewinnen ja was soll ich jetzt noch dazu sagen haut in die tasten rein und lasst euch inspirieren von euren ideen anregungen was da drin sein könnte aber ich muss jetzt trotzdem in das paket schon mal rein gucken ich weiß nicht ob da vielleicht noch was anderes mit drin ist und ja das mache ich jetzt ganz einfach und dann sehen wir uns ganz kurz noch mal ja euch zeige ich das jetzt natürlich nicht langweilig man was ist denn das für ein karton hoffentlich sind da keine kackboller drin also leute wie ich vermutet habe ich habe noch was anderes in diesem paket dazu bekommen aber das ja würde ich mal ganz schlichtweg behaupten ist ein anderes video und wird dann erst am sonntag gezeigt leute ratet mit lasst euch euer fantasiefreien lauf es geht schließlich um ein grillei in wert von was waren es 120 euro oder 130 was es kostet naja und geile grill junkie tassen und noch ein 25 euro gutschein lasst eure fantasiefreien lauf zwei antworten in einem kommentar unter dem video und ja ihr habt die chance zu gewinnen ich bin gespannt auf viele lustige antworten und ideen attacke lasst die spiele beginnen wir sehen uns tschaukowski was ist denn da noch alles drin